Als Musa alaihi salam bei Zeman von Phiraun, beim Zeit von Phiraun seine Da'wah gemacht hat, weil jeder, guck mal, viele sagen, ja, ich bin Mund, es gab immer nur eine Religion. Die Religion war immer nur eine, Ta'id lillah, die Anbetung gegenüber Allah und keine Beigesendung in seiner Anbetung, Herrschaft, Namen und Eigenschaft. Musa hat Da'wah gemacht, die Da'wah hat angefangen, Früchte zu tragen. Die Menschen haben angenommen, die haben gesagt, es gibt nur einen Gott, ja, daran glauben wir. Und die sollen anbeten, daran glauben wir. Und du bist ein Prophet, daran glauben wir. Und so hatte die Tochter von Phiraun, hatte eine Kämmerin. Die Tochter hatte lange Haare und die Kämmerin, die Friseurin von der Tochter, hat ihre Haare gekämmt. Hat ihre Haare gekämmt. Und als sie ihre Haare gekämmt hat, ist dieser Kamm runtergefallen. Und dann ist sie runtergegangen und sagte, Bismillah. Und dann sagte die Tochter, Bismillah, im Namen Allahs, im Namen meines Vaters, weil die gesagt haben, Phiraun ist Gott. Meinten sie, mein Vater ist Gott, hast du gerade im Namen meines Vaters? Meinten sie, nein. Bismillah, im Namen meines Gottes und dem Gottes deines Vaters. Sagte, mein Vater hat einen Gott? Sophie. Später ist sie zu ihrem Vater gegangen und sagte, ja, Abiti und mein Väterschen, die Friseurin von mir, die hat meine Haare gekämmt, kam, ist runtergefallen, hat aufgehoben und sagte, Bismillah. Und ich habe gefragt, weil du bist ja Gott, Baba. Und sie hat aber gesagt, nein, du hast auch einen Gott. Und dann hat er verstanden, oh, die Religion von Musa ist schon in meinen eigenen Reihen reingekommen, ist schon im Palast reingekommen, war richtig sauer, hat die Friseurin hergerufen und alle Menschen versammelt. Weil jetzt musste er handeln, hat alle Menschen gerufen, er wusste ganz genau, was er mit ihr machen wird. Er hat alle Menschen versammelt auf dem Hof in seinem Palast, hat die Friseurin gerufen und die Friseurin hatte viele Kinder. Ich glaube, in einer war er sieben, in den anderen zehn. Es hatte mehrere Kinder und ein Baby auf den Arm. Und dann hat er einen Topf gebracht, einen Topf, manche sogar ganz genau, die sagten ganz genau, es war so ein Riesenfass, das so aussah wie ein Stier. Das sah so aus wie ein Stier, so Pharao-Zeit, damals, so alle so, ihr kennt doch diese Figuren, die wir kennen und so, mit Katzen und das war alles, hat er so einen großen Topf hingestellt und richtig kochendes Öl gebracht, richtig siedendes Öl. Und dann hat er die hingestellt und hat gesagt, ich habe gehört, du hast gesagt, ich habe einen Gott. Dann sagte sie ja. Dann sagte er zu ihr, hör mal zu. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du nicht ablässt von deiner Religion, werde ich alle deine Kinder in diesen Topf einwerfen, vor deinen Augen. Und alle werden zugucken. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe jetzt, Allahu Alem, hunderte, tausende von Menschen drumherum, weil er will, die jetzt alle erschrecken, damit sie die Wahrheit nicht annehmen. Und sie steht da mit ihren Kindern alleine, ohne Mann und ein Baby auf den Arm und guckt und denkt sich, wir würden denken, oh mein Gott, wo habe ich mich gerade hier reingeritten, richtig? Was passiert gerade mit mir? Sie würde Angst haben, was hat Allah gesagt? Wir werden dich gewiss auch mit Angst prüfen und mit Tod prüfen. Und sie steht da und fragt, wer ist dein Herr? Und sie sagte, Allahu Rabbi, Allah ist mein Herr und dein Herr. Nimmt den Ältesten, papp, in den Topf rein. Der Kleine schreit, ihr müsst euch vorstellen, wird reingeworfen, nein, Mama, ah, ah, verbrennt. Und sie guckt und die weint und denkt sich, mein Sohn. Er fragt, wer ist dein Herr? Und sie guckt und sagt, Allahu Rabbi, wer ist dein Herr? Allah ist mein Herr und dein Herr. Nimmt den Nächsten, schmeißt ihn auch rein. Der Kleine wird wahrscheinlich auch gerufen, Mama, nein, ah, ah, ah. Und schmeißt ihn rein, sie guckt, sie weint. Er fragt sie nochmal, wer ist dein Herr? Sie sagt, Allahu Rabbi, wer ist dein Herr? Allah ist mein Herr und dein Herr. Nimmt den Nächsten, schmeißt ihn rein. Ein nach dem anderen, ein nach dem anderen. Bist du denn noch das Baby hat? Bist du denn noch das Baby hat? Und er fragt sie, Mann, Rabbuk, wer ist dein Herr? Jetzt sind das hier. Sie guckt ihr Baby an. Typ, Bruder, Baby. Es gibt sogar eine Erzählung, wo das Baby noch gestillt wurde. Sie hat ihn gerade dabei gestillt. Und jetzt weiß sie, was passiert. Mann, Rabbuk, wer ist dein Herr? Und sie dachte sich, ich habe jetzt all meine Kinder. Und das Baby, kann ich doch nicht das Baby. Und sie waren wackeln. Was hat Allah gemacht? Und er hat gesagt, Allah hat ein Zeichen gegeben. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, zwei Babys haben in der Menschheit gesprochen. Einmal Isa und einmal das Baby von dieser Führung. Und eine andere war ja sogar noch ein Baby. Und dann sagte das Baby zu der Mutter und sagte zu ihr, Hab Geduld, Mama. Wir sind auf der Wahrheit. Vor was hast du Angst? Mama, wir sind auf der Wahrheit. Mach, was die machen wollen. Mama, für uns gibt es das Paradies. Er hat ihn guckt und dann sagt, ich habe nur einen Wunsch. Begrabe mich mit meinen Kindern. Die Asche von meinen Kindern weg, die sind jetzt alle weg. Begrabe mich mit meinen Kindern zusammen. Dann sagt er, okay. Dann sagt er, Allah ist mein Herr und mein Herr. Reingeschmissen mit dem Baby. Die Menschen haben gesehen. Und die sagten sich, Allahu Akbar, was ist das für eine Frau? Was ist das für eine Überzeugung? Dass selbst die Frau von Pharaon Asya sagte, La ilahi illallah, Musa Rasulullah. Dann sagte du jetzt auch, ich auch. Auch Stein auf sie. Stein runterrollen lassen. Hat sie gezogen, gestreckt. Am Ende sogar Stein auf sie fallen lassen. Komplett zermatscht. Und bevor der Stein sie getroffen hat, hat sie gelacht. Und Allah sagt im Koran, sie hat zum Himmel geschaut. Und Allah hat ihr im Haus, im Paradies gezeigt. Und sie hat angefangen zu lachen, hat ihre Seele genommen und dann hat sie zerquetscht. Kehren wir zurück zu der Friseurin. Sie wurde jetzt mit ihren Kindern versammelt. Wurde begraben. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, geht ja durch die sieben Himmel. Isra'u al-Miraj, die Nachtreise und die Himmelsreise. Geht hoch zum Paradies, geht ins erste Himmel rein und er riecht. Er sagt, ja Jibril, was ist das für ein Geruch? Was für ein Geruch ist das, Burak? Ist das Louis Vuitton? Ist das Lisk? Sagt, ja Jibril, was ist das für ein Geruch? Geruch des Paradieses. Er sagte, das ist der Geruch von der Friseurin, der Tochter von Firoum und ihre Kinder. Weil sie verbrannt worden, gekocht worden sind, das ist der Geruch und das Paradies ist nicht so. Så der Geruch ist das, dass er es sichert, es gibt, des Samen. Woher ist es interessant, als Logan Radio? Untertitelung des ZDF, 2020